dann mal gucken da bin ich reingegangen da bin ich reingegangen da oben kam ich gerade her hier liegt ein schöner geldbeutel aber ansonsten auch nicht wirklich was wo sind die denn hin oh warte mal sind hier nicht mehrere eingänge hier noch das sieht doch gut aus da ist es komm ran her berate ihn da war ich voll daneben die schlucht war die letzte hier wie geil war das denn unten oben kombi tragödie in schwarz es ist ein buch zum lernen nein natürlich nicht mein gott ein ziegenkopf voll die fedding genau ich kann doch auch noch was entzaubern was habe ich denn hier mit der überragenden alchemie weg mit dir und das schwert oder schild ach ne mein schild habe ich da platt gemacht okay und diese vergoldete elfenrüstung tschüss bringt mir zwar so gar nicht so leichte rüstung vor stärkungszauber weil ich habe nur schwere an ich bin ja mehr so der krieger mit diversen magischen eigenschaften doch mal dabei so jetzt gehen wir nach kotlak ich bin mal gespannt welcher fraktion der noch mal angehörte weiß ich nämlich gar nicht mehr und das wetter wird immer ungemütlicher deswegen ist das gar nicht mal so schlecht wenn jetzt hier ein bisschen aus der ecke rauskommen so was war hier da war kotler ja da ist er doch auf in die drachenfeste ich habe gehört dass sie die dämmerwacht zurück ins leben gerufen haben vampirjäger oder so in der alten festung in der nähe von rifton ist vielleicht sogar etwas für mich dämmerwacht da ist das erste was wollt ihr kaiserlicher indiz für dongart und da werde ich mich dann auch gleich mal hin aufmachen alter wo ist der denn jetzt der kotlak was sagt er meine map also mehr nach links das ist mich raten jemand hat euch eure süßigkeit geplant ja rennen wir so im kreis ach ja klar das war hier von den von den gefährten die beiden stellen kein problem oh wir haben dann doch noch den mut aufgebracht ihr was für anzugreifen die meisten haben die erledigt aber die silberne hand sie haben dann doch noch den mut aufgebracht ihr was für anzugreifen die meisten haben die erledigt aber etwas hat sich in den monden bewegt jetzt habe ich es verstanden wollte schon sagen so genau ich glaube ich war ja dabei ich habe kotlaks befehl ausgeführt ich hoffe es ging um etwas wichtiges denn das heißt ihr wart nicht hier um ihn zu schützen die silberne hand sie haben endlich ihren mut zusammengenommen und jorvas kran gegriffen wir konnten sie abwehren aber der alte kotlak er ist tot kam sonst noch jemand zu schaden nein aber sie haben sich mit all unseren Wutratfragmenten aus dem Staub gemacht oh mein Gott doch ihr und ich wir werden sie uns zurückholen das hast du fürchtet wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen niemand wird übrig bleiben um ihre Geschichten zu erzählen nur die Lieder von Jorvask werden erklingen wir werden kotlak rächen und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben ich gehe dann mal nach Hause falls ihr mich braucht nein die geht nach Hause wo geht die denn hin was ist denn los mit der alter nein hier war da auch ne Tür optional vernichte die silberne Hand damit ich jetzt noch ein bisschen zwiegestalten Katzen würden Wilkers kaufen ähm ich fiel mir das gerade nur so ein wir werden sie büßen lassen könnt ihr mir beibringen zwei Waffen besser zu nutzen will ich gar nicht wissen ja will ich nicht wissen man oh na gut dann vernichten wir die erstmal das ist jetzt so ein Abwasch hier wir töten die einfach Frage ist jetzt nur wo wo soll ich hingehen ah ne da soll ich ein Buch besorgen ein schönes Buch WTF ich sehe gar nichts wo ich hin soll ähm wenn ich mal in mein Tagebuch gucke obwohl da unten da war doch gerade so ein Pfeil auch der Pfeil war ich super J genau eine gerechte Rache bringe die Fragmente von Wutrat in deinen Besitz optional vernichte die silberne Hand eigentlich werde ich auch platt machen weil was soll das was habe ich mit dem zu tun so und wo ist es hier oben da könnte ich auch relativ schnell hin wenn ich einen dieser wunderschönen Orte besuche ich weiß ja nur nicht ob ich über diesen Gebirgshang hier komme ich glaube ich würde eher von hier da hoch latschen machen wir das doch mal da muss das halt auch noch warten aber dann geht's los ah mein Pferd sehr nice komm mal her und auch mal klare Sicht ja ich glaube hier ist soweit richtig Moment die Burg wird mir ganz schön oder hallo achso in der Burg war ich wohl noch nicht jetzt war ich schon in der Burg oh alles Bogenschützen hier da komme ich so nicht hoch warte mal ich gehe mal durch die Burg oh Experte voll auch geil die Hampel nach oben rum und ich knack hier so ein Schloss und die Seite schon mal sehr gut nein minimal noch nach links mehr denn Dietrich perfekt und schon sind wir drin jetzt gibt das schön einen auf die Fresse das ist aber eine Mine sehe ich gerade ne wow kommt so ein Mann mit so einer Riesen-Axt oh mein Gott die Erde bebt Banditenplünderer ist natürlich geil das ist immer meine immer noch nicht meine Taschen leer gemacht habe was soll der Scheiß oh BTF meine Energie das war super knapp habe ich denn noch was was mich rettet da Zaubertränk der Heilung okay ich brauche ein bisschen Heilung bleib doch mal geschmeidig hier ein Silberbach nehme ich mit Pfeile wiegen nix aber wo wir schon mal hier sind volle Ladung Heilung da fällt mir ein welchen Spruch habe ich eigentlich drauf hier Eisform ne Eisform ist blöd Ruf der Tapferkeit ja genau dann kommen ein paar Leute die mir helfen obwohl Eisform ja doch gar nicht so schlecht das Besschen geschaut brauche ich nicht Feueratem ich nehme einfach mal den Feueratem mit Eisenerzader aber ich habe keine Spitzhacke dabei Bäm schwere Rüstung oh mein Gott ich glaube die graben hier mehr als sie vertragen was ist hier bloß los die graben noch nicht einfach in der Ecke und da ist dann nix oder gibt es hier nicht noch einen Geheimgang schade eigentlich nein oh ne Steinfalle so sah es zumindest aus da geht es obwohl Moment was war denn hier jetzt hätte man jetzt einfach runterjumpen können aber ich hätte erst mal hoch und mache hier platt hier draußen rumlungern hier muss es doch irgendwie einen Aufgang geben oder ach hier meine Güte das hat voll weh los Viscars hol ihn dir da geht es doch hoch boah voll der Wahnsinnige warum hat er keinen Feueratem mal sehen wozu ihr fähig seid hallo was macht mein Pferd oh Mist ich hänge hier fest nein nicht mein Pferd töten wo komme ich denn hier rein wer der tötet mein Pferd voll hat wahnsinnige Pferd rennt er da voll hoch ich habe auch das Gefühl dass mittlere Maustaste Pferd rufen jetzt war aus irgendeinem Grund und tschüss nein der rennt weg bleib doch hier du Pferdiger jetzt ist genug ach so das war die silberne Hand ist ja der Hammer total verpeilt heftig nein mein Pferd wo ist mein Pferd kann man das echt mit der mittleren Maustaste jetzt rufen wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr weil der jetzt irgendwo tot rumliegt gold das wäre aber blöd na guck ich nochmal ähm doch eigentlich hatte ich ja Feueratem drauf und so viel ich weiß hatte ich das auf der mittleren Maustaste nochmal im gucken Steuerung ähm da macht Y oh wurde umgestellt aber auf Maustastei befindet sich nichts da geht doch voll fertig also muss ich oh mein Gott also muss ich doch die nein da hat nicht mehr Pferd neun äh man das muss ich ja doch irgendwas finden ich verstehe nicht ja egal ich jetzt noch mal da unten aber so nach ganz unten hier so ah ist ja nichts besonderes hier ist ja der reguläre Weg total fertig wir werden sie büßen lassen ja hab ich doch schon wichtig wäre mir jetzt eigentlich wo diese diese Steine da sind die da haben möchte aber Moment oben war da auch noch ne Tür ne oh schon wieder muss ich an meinem Pferd vorbei hier die Garnison Garnision oh was war das